Hast du morgen vielleicht ein Pätzchen auf deiner Couch für mich? Kein Ding. Ich sah gerade mein Comeback. Um Entzug ins Dschungelcamp. Ich komme einfach bei dir vorbei. Hast du? Hey, wo seid ihr? Mama? Deine Kuxerfreunde haben wohl alle keinen Platz für dich, oder was? Kennst du viele Promis? Das sind ja sowas wie meine Arbeitskollegen. Ich habe auch meinen eigenen YouTube-Kanal. Kannst du es nur löschen? Ich bin unterwegs. Du hast einfach so ein 2012-Amage. Ich weiß echt nicht, wie ich das verkauft kriegen soll. Country Burger. Da ist Gemüse drin. Das mit Gluten darf ich nicht. Also, wir nehmen von allem, was wir haben, eins. Ja. War einfach. Okay, ist ja noch nicht so ein Opfer. Wir gehen jetzt mal ein bisschen schubsen, ja? Ich muss ja für 16 durchgehen. Ich darf mit? Hast du was genommen? Soll Kickl jetzt so enden wie du? Du behandelst sie wie dein Haustier. Alles, was du anfasst, geht kaputt. Ich habe auch ein Recht bei Kiki zu sein. Du bist sowieso nur hier, weil du kein Geld hast. Ich bin gern bei dir. Wenn ich jetzt hier noch mehr gefühlsdose live veranstalten muss, dann kotze ich. Mann, Alter! Wenn dir irgendetwas angekriegt, pack deine Sachen und geh. Ich lass nicht zu, dass du sie so kaputt machst, wie du mich kaputt gemacht hast. Ich dachte, du kommst nicht wieder. Natürlich komm ich wieder, du Spacken. Du bist noch nicht gleich Daher sein zu! Romania.